Hallo und herzlich willkommen zu Avengers Endgame in Minecraft Wolf. Ich bin hier der Iron Man. Links neben mir ist Captain America, auch bekannt als Julian. Hallo. Unter mir ist hier Spider-Man oder Spider-Woman eigentlich. Hier, Ronja. Da drüben ist der Mr. Ich-Hab-zuh-viel-Brokkoli gegessen. Auch der Top-Zweig. Und den Meister hier haben wir natürlich wieder dabei, den Thanos, der Schummel, der die Map gebaut hat. Ja, ja, das ist das liebe Mädchen. Eigentlich ist das hier der Map entwickelt, also der Flo. Der hat die ganze Map gebaut, ja. Echt jetzt? Übrigens, übrigens, hör mit dir, hör mit dir. Ich hab's noch nie gezeigt, aber das ist die Lobby in Minecraft Wolf. Und hier kann man's ändern. In Minecraft Endgame. Alter. Ey, Schummel, das hast du echt geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Wir spielen zu fünft hier heute. Und wir spielen nicht normal. Hier, wir spielen nämlich heute den Thanos Minecraft Endgame Modus. Es ist anders als Wolf normal. Und übrigens, hier ist die Map-Auswahl. Wir spielen heute mal Skylands, würde ich sagen. Schummel, geh mal. Was ist denn anders in dem Modus? Ähm, es gibt... Also alles wurde umbenannt. Wow. Oh mein Gott, Fate Innovative. Oh mein Gott, ja. Alles hat andere Namen jetzt. Okay, ich würde mal sagen, wir sind jetzt, glaube ich, Avengers statt Schafe und, äh... Avengers. Thanos ist aktiv. Der Thanos-Tester ist in der Schafe. Okay, okay. Ich sehe, der Thanos ist... Ja, der Thanos ist Wolf. Okay, alles klar. Ich bin gespannt. Achso, Avengers ist scharf, oder wie? Ich bin... Avengers ist scharf. Okay, und jetzt hört mir zu. Können ist hinter mir. Können ist bei mir. Einer Wanderer. Die Sache ist hier. Und... Es gibt neue Boyfighter. Ich sehe, ich erkläre es gerade schon, oder? Achso, ja. Mach du das. Der Thanos hat jetzt... Wolf, ist du, glaube ich. Sechs Infinity Stones, oder? Ist es so? Äh, ja. Es gibt sechs, oder? Ja, genau. Es gibt sechs Infinity Stones. Es gibt den Timestone, den Soulstone, den Powerstone, den Mindstone, den Spacestone und... Welchen noch? Den Stein, der gute alte Stein. Nee, haben wir ihn vergessen? Ein und vier. Ja, der Diamant. Egal. Jedenfalls, Leute, das sind alle Stones, die kann der Wolf kaufen. Die geben alle Fakte, wie Stärke, oder... Oder was gibt das? Kurzer Funfact, ich gucke nach der Wolf. Du meinst schon oft Wolf, der Film, der Server. Oh my God. Ich bin so hype, Flo. Soll ich dir denn eigentlich... Ja, guckst. Oh, er ist gestorben. Äh, irgendwie ist runtergestorben wahrscheinlich. Ja, da ist er, er ist es. Warte. Ja, ich glaube auch, dass der Schummel... Julian, ich binde dir, Julian, ich binde dir. Ich glaube, Schummel hat gepupst gerade, weißt du? Äh, oh, fein. Der Schummel hat einfach aus dem Haus gepupst, er ist gestorben. Hey, warte mal, Schummel? Ja, ich glaube... Oh, ich habe ein Slimepad. Nee, irgendwer ist wahrscheinlich aus dem Weg gefallen oder so. Ich habe es mir noch nicht mal gesehen gehabt. Okay, Julian, bleib bei mir. Okay, okay. Ich glaube, du bist... Ich habe ein Holzschwert. Ich habe ein Slimepad, also... Ich habe ein Slimepad, also... Das kann echt sein, okay. Das kann sein, das kann sein. Also, ich meine, ich als Enderpearl-Experte weiß das, ja? Enderpearl-Experte. Stimmt, im Recht überhaupt. Ja, also du sprichst hier mit dem Herrn des Elements. Okay. Ah! Okay, ich habe schon 33 Smoral. Wah, Idee. Ich würde sagen, ich würde sagen, es tops. Okay, ganz ruhig. Ich will noch eine kurze Sache sagen. Immer ich. Wenn der Thanos hier, beziehungsweise der Wolf, wenn der alle 6 Infinity Stones hat hier, kann der Instant Snap, musst du dir einen Schlipser machen und alle sterben einfach instant. Alle Avengers. Oh, oh. Das ist natürlich cool. Wobei, eigentlich müssen wir so machen, dass du die Hälfte stirbst. Warum? Weil Thanos die Hälfte... Ronja, du hast es nicht geguckt. Aber du wirst es bald verstehen. Weil, Ronja, bald wirst du... Bald werde ich eingeweiht in die Tüchen der Avengers-Filme. Richtig, richtig. Mark MCU heißt das, Ronja. MCU, Marvel Cinematic Universe. Richtig, was ich gerade sage. Boah, jetzt hoffs Kanäckisch. Bald wirst du eine von uns, okay? Ah, okay, okay. Achso, du musst du wissen. Aber Spider-Man kennst du. Ich habe einen Geheingang, ich habe einen Geheingang. Aber nur ein Teil. Okay, das ist gut. Spider-Man. Ey, wer ist das? Spider-Man. Ey, bei mir ist ein Typ, der hat Brokkoli gegessen. LOL. Hallo, Top. Ich habe einen Geheingang, wo ich nie war. Oh, ich werde hier waren. Hier? Ich habe einen neuen Geheingang. Echt? Ich weiß noch nicht. Und gleich steht da so, er ist gestorben. Ist gestorben. Okay, noch vier Minuten. Ich habe heute. Thanos-Suche? Soll ich Thanos-Suche kaufen? Mach mal Thanos-Suche. Äh, mach mal. Thanos-Suche. Entweder der richtige Ronja oder Topos ist Thanos. Ey, ich weiß nicht, was es ist. Ich sag's euch. Okay, Flo, wo bist du? Flo, wo bist du? Meine Prediction ist, 60% ist es Topos oder zu 40% Ronja. Ich weiß echt nicht. Ja, ja, es ist legit Topos. Ja, es ist. Aber Julian, es ist nicht, dass Julian bleibt für mich. Komm, 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 komm. Bist du das? Okay, okay, okay. Warte, Julian, ich kaufe mir was im Camp. Ähm, hast du zwei Gold? Vielleicht kann er was troppen, weil der vielleicht einfach nur so getan hat. Äh, gib mir, ja, das habe ich schon. Das brauche ich nicht. Ich habe genau ein Gold. Nein, ich brauche noch ein Gold für den Waffel. Julian hat doch gar nicht in Suche gekauft. Doch, habe ich doch. Hey, wer hat gekauft? Julian hat gekauft. Oh, ich habe genug. Ja. Tust mir, Tust mir mit dem Dearshirt. Er hat ein Dearshirt, er hat ein Dearshirt, er hat ein Dearshirt, er hat ein Dearshirt. Tobias hat ein Dearshirt. Ich habe es auch gesagt, dass ich ein Dearshirt habe, du, Bob. Tobias hat ein Dearshirt, das heißt, er ist Thanos. Tobias. Also, alles getan. Tobias, wie heißt dein Heimerplanet? Beantwortet ist richtig. Oh, du. Ich hätte zu sagen, bist du so toppen. Falscher, gell? Frank, bei mir hat die Deutschlandflagge falsch gebaut. Ja, Tobias hat es gebaut. Was wie? Schwarz, äh, äh, schwarz, 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 Kaufen für Thanos-Tucher. Ah, die kann ich nicht kaufen. Geschenk? Ich kaufe ein Geschenk, okay? Ein Thanos-Buch, Alter, buchst du dir Thanos? Oh mein Gott. Ey, ich kriege nur Hosen und Dings und Schuhe. Achso, werden dir Aliens, die würde dich freuen. Die Hosen kommen. Ich kriege aber auch nichts. Oh lol. Ich habe jetzt ein Weitestier-Schwert. Also, wer auch immer von euch Thanos ist, ist, ähm, kein guter Thanos. Ich bin Thanos. Obst du glaubst oder nicht? Seid ihr hyped für Avengers Endgame? Also wenn die Folge rauskommen, habe ich schon gesehen, also dann könnt ihr mich nicht mehr spoilern. Ich kann dich aber noch spoilern. Also, wo ich mich da ausgeguckt habe, wurde ich sowas von gespoilert. Ja, wirklich. Also, wenn ihr von euch mich spoilert, Leute, dann mache ich einen Diss-Track gegen euch. Jetzt hat man keinen Spaß. Und jeder von euch, der den Film noch nicht gesehen hat, guckt nicht in die Kommentare. Bei mir ist Julian. Ich werde die, glaube ich, ausschalten müssen. Oh Mann. Aber was ich sagen wollte, ähm... Ey, Julian hat mich langgegriffen. Ja, Julian ist der Wolf. Nein, er ist ein Wolfssucher, er ist ein Wolfssucher, ja. Thanos. Ey, aber ich wäre gern Thanos, wenn ich das sage. Also, er kann es ja auch einfach so sagen. Oh mein Gott. Ja, ich glaube... Während man Thanos ist, hat euch noch kein einziger Infinity Stone, oder? Keine Ahnung. Ich sehe Spider-Man. Ich glaube, Julian ist richtig schlecht. Ich sehe Julian. Ich sehe Spider-Man. Ich sehe Spider-Man. Ein Tier-Schwert. Ich kaufe mir jetzt Lebensrett. Ah, warte mal. Ah, jaba. Die war ich auch nie. Ah, jaba. Was kann ich mitkosten? Ich habe rein. Ich hätte gerne, irgendwie Geld ... bereits ach. Ach, wer kennt das denn nicht? Oh mein Gott. Ich war noch nie hier drin. Es ist ein Geschenk, es ist ein Geschenk. Ein Gratis-Geschenk. Ich habe das Ende vacatischerweise. Visst du Rona? Eins und selber schuld. Jamie, carrying man selber schuld? Doch um selber schuld! Ich finden es nicht alle, meine Kisten sind leer, oder? Ne, dass man das Vikings k extrasendet. Wahrscheinlich jetzt Roll siento? Der Wolf hatte da, ne Chi 중국 es厄. hast du ein ruby ich brauche selber ich brauche ein ruby nach euch heavy duty nein ich brauche die argon rüstung aber ist egal egal dann komm her dann ich werde langsam wird langsam ein bisschen ist er hat doch er hat doch ronja angegriffen hallo er hat ronja angegriffen es ist okay dann tut mir leid er hat mich das war ich ich bin ich bin durch ein geschenk gestorben das war ich bin ich bin durch ein geschenk gestorben alles hat oder ja also es gibt es gibt auch noch was neu ist aber das ja vor wie gold das sind letztens gesehen bei tubs glaube ich in seiner folge und alle vier spieler und hat dann ist man der auserwählte und das ist dann eigentlich noch stärker als thanos weil dann ich meine ich meine ich meine wenn man braucht man alle vier meins alle drei also die die ersten das ist gut dass du bist ich mache ein pakt mit euch ok ich würde ich nicht töten für einen infinity stone ok ich nehm 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 ich seh alle möglichen zukunft okay ich mach jetzt ich hab das sogar ich muss das machen ich habe mir ein dr strange outfit bestellt ja 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 das hast du bestellt wieso ähm es ist zwar noch nicht da ja ich wollte mich in strange und gerne doktor spielt weißt du aber schon eine kommende ist das medallion von dr strange und hier ist legit der timestone drin warte mal erzähle das leute ich mach kurz die kamera ich kann es gar nicht sehen du musst es näher ran halten hier ist das wirklich geil also ich habe jetzt mal ein no to ich habe wirklich gerade ein also ich hatte was ich hatte den tanus tester tanus suche ich habe gemeldet ausgelegt was dann auch suche an es dann von ja oder julian von julian ich bin es aber was ist wenn er der tanus ist ich mach grad ich hab alle möglichen zukunft gesehen und in allen zukunft in allen möglichen zukünften zukunft in jeder möglichen zukunft stinkt top ich bin stolz drauf dr strange nämlich mein lieblingsheld aus dem mcu es ist 100 prozent als 100 prozent da kannst du mir gold geben wenn du noch 20 ich komme nicht mehr zurück dass mich über den zaun geschubst das war das war floh hatte ich doch übergegeben es ist jetzt trockst ja aber 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 ich brauche 20 wenn du mir 20 geben kannst oder warte mal wieder ich bin wenn du mir noch mal 30 geben kannst ich hätte doch nicht so viel ich bin nicht wer ist jetzt dann gibt gold dann gibt es ein gold gibt ein gold ich habe ich brauche noch ich brauche noch ich brauche noch warte 13 13 bräuchte 13 diese teste aktiv wenn ich so ich hatte 26 irgendwie so um den dreh wenn ich mich nicht täusche jetzt habe ich 47 mit nur noch 13 dann kann ich dann kann ich floh wieder beleben dann kann ich mich entschuldigen hier gibt es eine holzschwerter überall holzschwerter ja wenn man so viele holzschwerter hat ich dachte mir so eigentlich muss ich mich mal endlich wieder rechnen das habe ich vorher gesagt ich habe ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's und flot kommt wieder aber warum ist die super auch tot das finde ich super nett von dir danke ich wollte floh wieder beleben was liebst du war schummel auch tot ich wurde durch ein geschenk in die luft gejagt ich kaufe mir nie wieder ein geschenk das war eben schon so in der ersten runde geschenke sind dieses mal richtig böse ich brauche jetzt zwei rubys und ich hab die jetzt richtig also du hast mal ich hab floh getötet einfach nur dafür weil er gesagt dass ich denke was nicht wahr ist und ich wollte ihn mit meinem meinungsüberzeuger wollte ich ihn einfach freundlich ja wo es geht das lieb ja ich gebe nicht so mir doch wir es julian hat alle empfindlichen steine und macht uns damit im snap weg ja ich glaube ich glaube er ist zu schlecht dafür kann in wirklichkeit nur popeln jetzt 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 steht es fest jetzt steht es hier ein popelt in seiner freizeit julian komm her wo bist du denn jetzt julian lass dich doch mal töten bitte ich sehe dich jürgen hallo wo ist er auf dem schiff auf dem schiff auf dem schiff auf dem schiff alles gleich ja da hast du ender perle ja und ich ja also ja und das nicht mal also spoilerwartung für hier endgame so wird tano sterben wo bist du denn jetzt ich weiß nicht ich hatte schon drei sterne ich habe schon drei steine ich habe mal das jetzt werden wir top töten bei topst mich getötet oder cam ich sehe mein time so sagt mir es ist du bist ein persönlicher fein gemacht julian julian sorry ich habe mich was alles klar ja ich kann dich verstehen ist ronnel instant tot gewesen wer ist denn jetzt ich habe eine ich habe eine halbe als ja es ist julian ich habe ein holzwerder zu viel warum hast du ein holzwerder zu bitte ich fühle dich ich wiederbelebt dich ronja ich wieder blüht dich nein das machst du nicht ronja ist gestorben ich werde schon wieder belebst du ja 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 ich bin ich wieder belebst du wieder jetzt probieren aber ich könnte ja ich habe übrigens zwei und zwei wenn julian sich jetzt den trank das leben holt dann ist das schon mal weggeused und dann kann ich ihn ich kann mich nur einmal benutzen oder sollte ich sein sie mich ja so was ich runter und sie wollte mich runterhauen nachher aber ich habe in den holzwerden sind ja wieder da ja ich ja sie ist noch nicht halte heute durch von ja weißt du der gut aussehende grüne kuli realitätsstein ich habe das ist so sehr top ihr habt auch die nachricht bekommen na ja ja ich habe schon mal getestet das war der realität sieht jetzt ronnewitz lebt das war ein kleiner fehler aber eigentlich sollte das nur ich habe einmal mit holz hier drauf gott egal ich würde sagen schule oder ich bin nicht geht das auf jede mögliche das geht auf jeder märkte also auf jede märkte auch immer den standard könnt ihr nochmals wünschen und auf sache ok ich meine einfach mein t es ist einfach gecrasht so machen es machen müssen wir es machen müssen wenn eine stirbt das zu staub wird das hätte ich vielleicht noch machen können aber das ist schwer übrigens ich habe letztes rausgefunden dass hier ein geheimnis in der schule geld das mit dem schalte und schreibt in der heimkong ein geheimnis das mit der ersten test ist aufgefallen ich gebe ich mir so viel mühe siehst du nicht mal um mann flo ich hab schon ein schreibwerk gemacht auch als grauke als dann aus wenn ich schreibe mir so wunderschön es war vollendung perfektion in vollendung leute leute würde ich aber auch so bezeichnen ich kann ich habe mir ist an aus ich habe auch schon mal sich verraten nein bin ich doch einfach mehr der mensch mit der fauce normal ist das ich bin captain amerika ja ja es ist schon das ganze polis zu mir da ist ich war gerade die ganze in der schule drin das würde ich auch sagen da war wirklich genau ich habe letztes mit topste aufnahme gemacht dabei nämlich offen okay was sagst du jetzt alles klar das wird mein video gesperrt das ist auch ein deutlich zu genau so gleichklick also das war ein tool so jetzt müssen wir nur so beatboxen ich bin auch bei dir hast du ein emerald ich bin ronja war tot ronja ist brot ja ich habe ja wiederbelebt ich habe noch nicht ein danke gehört ich habe den nicht ich habe nur die nachricht bekommen weil ein gewisser herr das an alle gemacht hat das stimmt gar nicht gerne auf ja doch ich glaube das war ein fehler von meiner seite ja schon mal siehst du siehst du wirklich nicht es ist 100 prozent das habe ich gedacht es ist nicht so wie du denkst denn das denken der gedanken ist ein ding ist das denke ich gedacht zu haben wenn du versucht so schnell wie möglich zu sagen ja ich werde so zufrieden ist erfüllt mich oh mein gott schon mal kannst du bitte mal machen dass ich alle kisten erst mal ja der respon müsste man ein bisschen ticken erhöht werden finde ich zumindest ja wirklich ja dass sie sich schneller erfüllen ich habe zwei stext gold die sind immer auch mehr so steht auch immer tanus ist ja zwar ich habe gesagt nein ich habe ein ding gekauft hier ist ein wer will kooperieren glaube einfach das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so verlässlich ok es ist topst du bist du bist du bist ich komme zu dir und überprüfe es ja genau was sagst du schon mal sagst du auch dass ich es bin ich nein siehst du schon mal doch er hast du hast du immer ich bin ja gibt 26 gold zweieinhalb das runterwerfen was brauchst du denn was schönes doch ich glaubt du nicht ich will gerade wirklich als person werden okay ich würde sehr gerne ich gebe dir alles andere ich habe ist mich ich habe ist mich wirklich will ein ziel ich habe alle anderen fünf ja schon mal kann man nicht kaufen du hast den chat nicht richtig gemacht und jetzt habe ich alle warte mal nice oh mein gott ich habe ich muss sagen wenn man den times und kaufen hätte können hat man es wirklich geschafft ich habe ich habe schon mal geschrieben dass er die zeit erhöht ich konnte nicht kaufen ich brauche ich habe die zeit wirklich gebraucht aber ich bin das muss mich an schreibt in like in die kommen Lasst einen Like dort, abonniert mich, schauen wir dann vorbei und tschau, Leute, tschau.